Katha Blank hier im Bild, oder aber sie, Viola Riechert. Hier eine Prognose abzugeben, sorry, ganz, ganz schwierig. Beide richtig stark und ich wünsche beiden vor allem da gleich an den Bungee-Flug richtig viel Spaß. Auf geht's, euer Parcours. Ja, ich weiß, er gehört RTL. Was glaubst du? Oh, ich finde es ganz schwer. Also Katharina kommt so ein bisschen mehr, glaube ich, vom Kraftsport, Viola voll vom Klettern und da kann ich nicht einschätzen, was einem da mehr hilft hier bei diesem gemeinen Bungee. Also hier wird es sich, glaube ich, entscheiden übrigens. Ich kann mir kaum vorstellen, dass beide das Ding komplett machen, aber was will schon bedeuten, was ich mir vorstellen kann? Katha hat Respekt, Viola gut, richtig gut, dein Hintergrund. Ja, Katha hat mehr Respekt, Katha hat mehr Respekt. Aber hält das auch, hält das auch. Noch ist gar nichts entschieden. Und Viola macht das Ding hier. Viola in Orange macht das Ding, Katha hängt auch noch und jetzt Katha weg. Und Viola hat damit auf jeden Fall ihren Platz am Power Tower und hat einmal mehr bewiesen, dass ihre Kletterfähigkeiten super gut sind. Und sie steht damit auf jeden Fall in einem der letzten vier Duelle an unserem elf Meter hohen Monstrum am Power Tower. Also ganz so einfach ist es offensichtlich doch nicht. Ob es andere Athletinnen und Athleten weiter geschafft haben, seht ihr hier oder aber ganze Folgen ist auch schön hier. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017